Das ist nicht einfach ein Gebäude, das orange angeleuchtet wird. Das ist ein Statement von Zonta in deiner Stadt. Von den vier Zonta-Clubs in München, der Clubs im süddeutschen Raum und in Area 3 und weltweit gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen. Zonta says no zu jeglicher Gewalt an Frauen und Mädchen. Diese Gewalt hat leider viele Gesichter. Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt unter Partnern, sexuelle Belästigung und Übergriffe, weibliche Genitalverstümmelung, Menschenhandel und Prostitution, Ausübung sexueller Gewalt in kriegerischen Konflikten, Kinder-Ehen. Du bist Opfer von Gewalt? Dann bist du nicht allein. Ihr seid auch nicht nur zu zweit. Weltweit erleben 35% aller Frauen körperliche oder sexuelle Gewalt. In Deutschland ist jede dritte Frau von Gewalt betroffen. Jede dritte Frau. Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Es könnte deine Schwester sein, deine Mutter, deine Freundin, deine Oma, deine Tante, deine Schwägerin, die Schwippschwägerin deines Schwiegerschwagers. Ihr wisst, was ich meine. Also, an alle Menschen, die Frauen Gewalt antun, lasst das gefälligst. Und an all diese Frauen, lasst das nicht mit euch machen. Erkennt frühzeitig die Zeichen von Gewalt und setzt euch dagegen zur Wehr. Und wenn ihr Zeugen von Gewalt werdet, schaut nicht weg. Beweist Mut und helft. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen und beteiligt euch am 25. November an den Aktionen von Zonta in eurer Stadt. Zonta says no. Eine weltweite Aktion von Zonta. Bringt Licht in die Dunkelheit von Gewalt. Bringt Licht in die Dunkelheit von Gewalt. Und wenn ihr Zeugen von Gewalt ist, Vielen Dank.